Heute, und das ist der zweite Grund, lanciert Roche einen neuen Antikörper-Test, der es ermöglicht, Antikörper, die durch das Coronavirus gebildet worden sind, mit ganz ungewöhnlich hoher Sensitivität von 100 Prozent und Spezitivität von 99,81 Prozent festzustellen und damit ein neues Qualitätsniveau für diese Art von Tests darzustellen. Und deswegen legen wir sehr, sehr hohen Wert darauf, dass diese Tests sehr gut, sehr spezifisch sein müssen, damit wir nicht zu falschen Ergebnissen kommen. Und Stand jetzt ist das, was uns bekannt ist, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber Stand heute, was uns bekannt ist, dass der beste Test, wenn es darum geht, wie spezifisch und sensitiv er ist, aber er ist nicht der einzig Gute. Wie gesagt, wir haben auch schon bei Euroimmun ein weiterer deutscher Hersteller gekauft.